Episode 323. Erfolgt durch KI. Zwölf effektive Promptstrategien. Was es damit auf sich hat, mehr dazu nach dem Intro. Los geht's! Schön, dass ich wieder in deinem Ohr sein darf oder auf deinem Screen. Geh nach dem, ob du das Ganze siehst oder hörst. Vielen herzlichen Dank dafür. Das bedeutet mir wirklich ganz viel. Meine Liebe geht raus, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Effektive Promptstrategien. Ich war heute im Freibad mit meinen Kindern. Wir haben hier Ferien und das Wetter war heute ganz gut und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren schon sehr früh ins Freibad. Und dann habe ich immer wieder überlegt, ja, was könnte ich denn mal aufnehmen? Und da ist mir das eingefallen zum Thema Promptstrategien. Und ich möchte dir jetzt wirklich zwölf Promptstrategien mitgeben, die du einer generativen KI mitgeben kannst. Und ich werde dir erst ein Beispiel nennen und dann werde ich dir sagen, was es damit auf sich hat. Fangen wir mal an mit der 1. Das ist Shane of Swords. Das ist die Gedankenkette. Das Beispiel dafür. Erkläre die Schritte zur Lösung einer quadratischen Gleichung. Beginne mit der Standardform und gehe Schritt für Schritt vor, bis du die Lösung gefunden hast. Und zwar möchten wir hier von der generativen KI, dass sie uns Schritt für Schritt mit auf den Weg nimmt. Wir das nachvollziehen können und die Antwort überprüfen können und damit dann auch wiederum helfen können, dass sie bessere Antworten liefert. Das hilft uns dabei, präzisere Antworten zu bekommen von der KI und den Lösungsweg zu verstehen, beziehungsweise gegebenenfalls auch zu korrigieren. Das war Shane of Swords, die Gedankenkette. Step back, der Schritt zurück. Beispiel. Gib mir eine Liste aller Start-up-Unternehmen aus dem Dachraum, wo die Gründer unter 30 Jahren sind. Und dann bittest du die KI und jetzt gib mir den jüngsten Gründer heraus. Das heißt also, du überlegst dir erst, was möchte ich eigentlich von der KI im zweiten Schritt wissen. Und du machst einen ganz anderen Schritt davor. Dadurch kannst du gucken, welche Trainingsdaten in ihr drin sind, um dann Halluzinationen vermeiden zu können. Das fördert eine Genauigkeit und Zuverlässigkeit in den Informationen. Ich finde das ganz toll. Allerdings bedeutet das auch für uns als Anwender, wir müssen uns vorher Gedanken machen, nämlich, wenn ich die Informationen von der generativen KI haben möchte, welchen Schritt sollte ich denn davor eingeben? Dann Selbstkritik und Selbstreflexion. Das ist der dritte, die dritte Strategie. Diskutiere die Vor- und Nachteile der Kernenergie und hinterfrage deine Argumente, um eine ausgewogene Perspektive zu bieten. Dadurch bittest du die KI, ihre eigenen Antworten kritisch zu hinterfragen, um potenzielle Schwachstellen oder Fehlerquellen zu identifizieren. Und das ist besonders nützlich bei komplexen und kontroversen Themen. Die vierte Prompt-Strategie ist das Panel of Expert, also das Expertenpanel. Analysiere die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels aus der Sicht eines Umweltwissenschaftlers, eines Ökonom und eines Politikers. Das hat den Vorteil, ich kriege noch mehr Perspektiven. Ich bitte die KI, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, das kann sie sehr gut, und dann eine facettenreiche und umfassende Antwort zu geben. Und vor allem, ich kriege auch noch mal unterschiedliche Blickwinkel rein. Das heißt, mein eigener Blickwinkel, der ja auch mit Bias behaftet sein wird wahrscheinlich, wird noch mal dadurch erweitert. Und ich hole mir hier noch mal die Experten an den Tisch. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel gewesen. Du kannst so viele Experten in dieses Panel holen, wie du möchtest. Die Grenze ist nach oben hin offen. Die fünfte Strategie ist die ausgewogene und tiefgründige Perspektive. Erkläre die Vor- und Nachteile von globalisierter Wirtschaft, indem du sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte berücksichtigst und verschiedene Sichtweisen einbeziehst. Dadurch fördere ich die KI auf, die vorherrschende und einseitige Antwort zu vermeiden. Und stattdessen auf eine ausgewogene und tiefgründige Perspektive einzugehen. Die sechste Strategie ist die kontextuelle Verankerung. Beschreibe die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung in Europa speziell in den letzten fünf Jahren. Damit gibst du den klaren Kontext vor, um sicherzustellen, dass du auch die generierten Antworten relevant und kohärent sind. Aber auch es hilft dir, die Erwartungen der KI besser zu verstehen und meine eigenen Erwartungen auch natürlich an die Antwort von der KI, um damit präzisere Informationen geliefert zu bekommen. Und bevor ich jetzt mit den nächsten sechs Strategien weitermache, schiebe ich nochmal einen ganz persönlichen Werbeblock ein. Und zwar startet am 3. September die AI-Practitioner-Ausbildung und es ist schon eine ganz tolle Truppe dabei. Also es sind wirklich ganz tolle Kollegen und Kolleginnen dabei. Und ich frage mich, warum du noch nicht dabei bist. Vielleicht hast du ja auch schon bei mir eine Weiterbildung gemacht. Dann lass uns gerne nochmal in den Austausch gehen darüber, weil viele, die mich auch gefragt haben, können wir nicht nochmal da was machen? Also sprich mich gerne darauf an und nicht, dass du hinterher überhaupt sagst, ja, ich habe es aber nicht mitbekommen. Und wenn du noch nichts bei mir gemacht hast, dann frage ich mich, warum eigentlich nicht? Und ob das vielleicht nicht zu dir passen würde, dieses Thema. Es sind sechs Wochen, die wir machen. Du kriegst sechs mal sechs Wochen Input. Du kriegst den Neurodidaktik-Kurs von Franz mit on top. Und ich liefere sogar noch die KI dahinter. Also wie du das Ganze mit KI auch besser machen kannst, die Neurodidaktik. Das gibt es so gar nicht. Das gibt es nur beim AI-Practitioner. Und es gibt auch noch einen Bonus. Dafür wissen diejenigen, die das jetzt gebucht haben, noch nichts. Also pssst, nicht verraten. Das ist eine Überraschung für diejenigen. Und zwar werde ich zu speziellen Programmen, die ich benutze, die ich auch habe, nochmal so kleine Einblicke geben. Wie nochmal so, ja, ich würde es nicht sagen Tutorials, aber es sind so kleine Tutorials schon. Die sind jetzt auch geplant. Das habe ich heute auch nochmal alles gemacht. Welche Tools ich denn damit reinnehme. Und das gibt es auch nochmal on top oben drauf. Das gibt es sonst nirgendwo. Nicht in meiner Community. Nicht außerhalb des AI-Practitioners, sondern wirklich nur beim AI-Practitioner. Und eventuell bei dem, was danach noch kommt. Aber dafür brauchst du ja den AI-Practitioner. Also vielleicht lohnt sich das ja schon alleine. Es sind wirklich dreimal, sechsmal drei Stunden suchen. Sechsmal drei Stunden, das heißt 18 Stunden. Meistens Dienstag bis auf die letzte Woche. Da ist es halt der Montag, weil am Dienstag meine Tochter Geburtstag hat. Und die mich halt gebeten hat, bitte nicht an dem Tag was zu tun. Und jeden Freitag, also fünf Freitage, kriegst du nochmal zwei Stunden die Lernwerkstatt oben drauf. Wo du wir experimentieren können, wo du Fragen stellen kannst. All diese Dinge. Und natürlich noch den Neurodidaktikkurs. Jetzt auch mit KI. und halt Einblicke in Tools, wo du dann gucken kannst, taugt das Tool eigentlich was für dich. Und ich habe auch manche Tools im Kopf, die habe ich mir, das gebe ich ehrlich zu, die habe ich mir letztes Jahr, Anfang letzten Jahres im Januar 23 zugelegt und habe gesagt, ich zahle das monatlich. Mittlerweile habe ich das Tool seit dieser Zeit. und ich kämpfe immer noch mit mir darum, eine Podcast-Episode über dieses Tool zu machen. Und jetzt habe ich gesagt, ich packe dieses Tool mit in meine AI-Practitioner-Ausbildung rein und stelle es da ausführlicher vor, damit du dann weißt, ob das Tool was für dich bringt und du es dir dann angucken kannst, ob du das Geld einsetzen möchtest oder nicht. Und genau darum geht es nämlich, dass du herausfindest, passt das oder passt das nicht. Jetzt gehen wir mal weiter zu den Prompt-Strategien und kommen zu der siebten Prompt-Strategie. Vergleiche und Analogien. Erkläre die Funktionsweise eines Quantencomputers im Vergleich zu einem klassischen Computer ähnlich wie ein Segelboot im Vergleich zu einem Motorboot funktioniert. Und damit fordere ich die KI auf, Vergleiche und Analogien zu nutzen, um komplexe Kontexte zu erklären. Und das kann das Verständnis für diese komplexen Inhalte erleichtern und die Erklärung anschaulicher machen. Acht ist das zähnenbasierte Denken. Beschreibe die möglichen wirtschaftlichen Szenarien nach der Einführung einer neuen Steuer auf digitale Dienstleistungen. Und hier lässt du die KI verschiedenen Szenarien durchspielen, um die Auswirkung von den Entscheidungen oder die Ergebnisse zu analysieren. Das hilft, die möglichen Konsequenzen und Variationen besser verstehen zu können und natürlich auch gegebenenfalls vorauszudenken. Strategie 9. Iteratives Feedback und Verbesserung. Gib eine erste Einschätzung zu ökologischen Vorteilen von Elektrofahrzeugen und überarbeite dann deine Antwort basierend auf den neuesten Forschungsergebnissen. Und damit bitte ich die KI, ihre Antworten iterativ zu überarbeiten, basierend auf das Feedback oder neuere Informationen. Und das fördert die Genauigkeit und die Detailgenauigkeit der Antworten. Dann Strategie 10. Verwendung von Metakognition. Erkläre, wie du zu der Schlussfolgerung gekommen bist, dass erneuerbare Energien eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen sind und reflektiere über die zugrunde liegenden Annahmen und Daten. Und damit ermutigst du die KI, über den eigenen Denkprozess nachzudenken und zu reflektieren, wie sie zu dieser Antwort gekommen ist und zu keiner anderen. Und das erhöht die Transparenz und das Verständnis für die Entscheidungsfindung. Strategie 11. Kollaborative Kreativität. Erstelle ein Brainstorming-Dokument mit Ideen für eine neue Marketingkampagne, für ein umweltfreundliches Produkt und schlage spezifische Maßnahmen vor. Und dadurch nutzt ihr die Fähigkeiten der KI, kreative Prozesse zu unterstützen, indem sie Ideen generiert, die dann weiterentwickelt und verfeinert werden können. Die letzte und zwölfte Promptstrategie ist inklusive Perspektiven und Diversität. Analysiere die Auswirkungen der globalen Erwärmung aus den verschiedenen Perspektiven verschiedener sozialer Gruppen, einschließlich derer, die in Entwicklungsländern leben. Und dadurch forderst du die KI auf, vielfältig und inklusive Perspektiven zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Antworten eine breite Palette von Meinungen und Erfahrungen widerspiegeln. Die erste Promptstrategie war die Gedankenkette, Shane of Thoughts. Die zweite war der Schritt zurück, der Step Back. Der dritte Schritt war die Selbstkritik und die Selbstreflexion. Die vierte, das Panel of Expert, also das Expertenpanel oder der Expertentisch, nenn es wie du möchtest. Die fünfte Strategie war ausgewogene und tiefgründige Perspektiven. Die sechste war die kontextuelle Verankerung. Die siebte war Vergleich und Analogien. Die achte war szenenbasiertes Denken. Die neunte, iteratives Feedback und Verbesserung. Die zehnte, Verwendung von Metakognition. Die elfte, kollaborative Kreativität. Und die zwölfte, inklusive Perspektiven und Diversität. Und warum habe ich vorhin von generative KI gesprochen und habe nicht gesagt, ja, das kannst du mit ChatGPT ausprobieren. Weil du kannst es mit ChatGPT ausprobieren. Du kannst es aber auch genauso gut mit anderen Tools machen oder mit dem Co-Pilot. Du kannst es auch genauso gut mit Perplexity machen oder bei Perplexity. Perplexity erfreut sich ja auch immer größerer Beliebtheit. Du kannst es aber auch genauso gut bei Claude nutzen. Und das war nämlich das, was ich dir sagen wollte. Du kannst diese Promptstrategien, egal bei welcher generativen KI, einsetzen. Und das war mir ganz wichtig. Es ist nicht speziell für ChatGPT, sondern du kannst sie auch auf alle anderen Modelle anwenden, wenn sie denn dann Internetzugriff haben. Das ist immer deren Voraussetzung. Bei ChatGPT 4U hat das ja jeder auch im kostenlosen Account. Und bei Claude musst du halt dann schon mal manchmal gucken. Da braucht man vielleicht dann eine Bezahlvariante. Perplexity AI musst du halt auch schauen. Co-Pilot musst du auch dazu kaufen. Also schau dir an, mit welcher KI du arbeitest. Und dann würde mich natürlich interessieren, was sind so deine 1, 2, 3 Lieblingsstrategien? Lass uns da wirklich mal drüber diskutieren. Egal, ob in der KI-Community, wo der Podcast auch gepostet wird, oder auf Social Media. Und es ist egal, auf welchem Social Media Kanal. Schreib deine Promptstrategien mal rein. Vielleicht hast du auch eine ganz andere Promptstrategie, als die, die ich jetzt genannt habe. Lass uns da wirklich mal in den Austausch gehen. Ich werde das Ganze auch natürlich in meinem AI Practitioner mit reingeben. Aber jetzt war es mir erstmal wichtig, mit dir in den Dialog zu kommen, über welche Promptstrategien hast du denn? Oder kennst du denn? Vielleicht hast du auch schon eine deiner Lieblingspromptstrategien darauf. Und ich werde das nämlich jetzt hier nicht beantworten, was meine 2, 3 Lieblingspromptstrategien sind, sondern werde dort dann nämlich mit dir auf Social Media in den Austausch gehen. Oder auf YouTube. Geh nach dem, wo du das Ganze jetzt hier siehst oder hörst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen, sonnigen Tag mit ganz viel Freude, ganz viel Spaß und freue mich auf dein Feedback. Bis demnächst in deinem Ohr oder auf deinem Screen. Deine Mareike. Das war Bildung rockt. Von und mit mir Sandra Mareike Lang. Wenn du mehr erfahren möchtest über die Methoden und Technologien der Zukunft, dann klicke auf www.lerncoaching-podcast.de. choplegen. Auf Wiedersehen. ans auf www.lerncoaching-podcast.de Vielen Dank.